so und damit ein herz erfrischendes moin moin und willkommen hier zurück zu unepic also die steuerung schlagen ich glaube ich habe es wieder ich wollte jetzt zudem nach unten so wir waren ja auf dem weg da unten in den minen würden wir da hingehen hier waren ja zwei schlüsse also verkäufer tränke level 4 eisenpyrite wollte ich noch mal gucken also zauber einen charakter magierstäbe zauberstäbe magierhobe feuer ok äh da wo ich hin wollte war ja der hier unten hey was geht ab warte mal so schön von hinten meucheln muss hier auch spaß machen nicht oh hi warte mal kurz äh halt äh ne das wollte ich nicht so mal zauber wirken ho ein streitkolben hat da fallen lassen ey 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 hier ist hier nichts ähm aber hier level 1 level 1 nöööööö uninteressant Na komm Ich erwarte dich So, da ist das Eisenpyrid Hier kommen wir ja weiter Und jawoll Da geht's weiter Hier wollen wir ja noch gar nicht Ähm Runterleuchten können wir nicht Ich mein Wir müssen uns in der Lähe des Dynadyn Und dieser Dynadyn wird ihn erwähnen Es ist einer der Guardian meiner Lorde Der hat den Formen von einem Wurm Ein Wurm? Ich habe bereits viele Wurms gespricht Gehen weiter Fass ihn Du musst nur den Invoker aktivieren. Wenn dein Körper zerbrochen wird, werde ich herausfinden, und das Echow von meinen Lachen wird über dem Kastel resonieren. Das Echow von meinen Lachen wird über dem Kastel resonieren. Ja, richtig. Ansonsten sieht es, als ob ich keine andere Wahl habe, als die Gardein zu treffen. Na ja, wenn es mich befindet, kann der Heiligenspirt mich aufhören. Wenn ich wieder lebend bin, natürlich. Nö, im Endeffekt, wir haben ja nur den Heiligenschein, ne? Oh, ich mach erstmal überall Licht. Mine ist beleuchtet. Du hast alle Lichter in der Mine angezündet, Errungenschaft freigeschaltet. Okay, ja, dann haben wir jetzt den ersten Bossfight, ne? Wie gut das war ich hier direkt jetzt gespro... äh... Ah, okay. Ähm... Aua. Aua. Habe ich jetzt... Ne, ich habe den nicht genommen, ne? Den tragen... Ich wollte den eigentlich nehmen, habe ich aber nicht. Den kann ich nicht dem Schaden zufügen. So nicht. Irgendwie so vielleicht. Warte mal, wenn ich hier weggehe... Ja, okay. Oh. Mein Frosch ist tot. Scheiße. Ähm... Ähm... Äh... Okay. So lange ich einen Trank habe, schön draufhauen. Oh, da war noch ein kritischer Treffer. Komm doch einmal! Jawoll! Okay, jetzt wirkt der Trank nicht mehr. Das war's. Oh. Das war's nicht richtig. Oh, das würde mich ja jetzt aufregen hier. Oh! Geld! Was haben wir hier noch? Schlüssel der Kanalisation. War uns schon freigeschaltet. Du hast den... Du hast den ersten Wechsel besiegt und den Schlüssel der Kanalisation erhalten. Cool. So. Ähm... Nochmal Inventory hier. Sortieren. So, nochmal Trank... Ah! Das war ein Anti-Gift. Okay. Okay. Gut, dass ich den nicht benutzt habe. Wäre peinlich gewesen. Ähm... Wo wollte ich denn wieder? Wie viel habe ich? 454. Das heißt, ich kann... Lebensfunken oder ein Wiederbelegungs-Elixier, um dieses Haus hier wieder zu beleben. Okay. Ähm... Das heißt, hier habe ich alles. Trank Level 4. Schlüssel zur Kanalisation war ich hier. Die Bibliotheksschlüsse brauche ich noch. Die würde sagen, ich port mich wieder hier hin. Ähm... Level Up habe ich ja nicht erfahren, ne? Habe ich zumindest nicht mitbekommen. Nein. Habe ich nicht. Ähm... Ja, dann würde ich einkaufen gehen und den Frosch wieder beleben. Sorry. Ähm... Ach, Zoran hat irgendetwas. Okay. Ähm... Ach, Zoran hat irgendetwas. Rechts... Heiligenschein. Aber erstmal... Speichern. Game... Game saved. Scheiße, das ist jetzt übersprungen. Aber okay. Aber er hat Zoran gesagt. Das heißt, er hat wahrscheinlich irgendwas Neues. Ich glaube, ähm... Bezog sich auf... Ähm... Darauf, dass ich den Frosch heilen kann. Immer... Da lang. Ich eckere die einfach mal. Satyr Innereien. So. Oh, warte mal, ne. Falsche Taste gedrückt. Auge des Satyrs. Okay. Stimmt, das haben wir doch für irgendein Rezept gebraucht. Trinkte Heilung. Blaue Essenz. Haben wir den schon gemacht? Ich weiß es nicht. Den haben wir auf jeden Fall nicht gemacht. Das weiß ich. Den ja, davon haben wir genug. Blaue Essenz. Trank des langsamen Giftes. Ja, weißt du was? Fick dich einfach. Zack. Pfff. So einfach geht das. Tauke des Satyrs. Ähm... Wieder mal zwei davon. Trinken. Egal, dann quatsch ich mal mit dem Kollegen hier. Kauf... Ne, erstmal verkaufen. So, was müssen wir mit der Düssel... 85... 80... ... ... ... ... Stimmt, die könnte ich einsetzen. Stufe 3. Wirkt diese in der Reinsamen schon... ... Lecker aus. Sehr lecker. Ähm... Streitkommen der Arkan-Verteidigung. Ich hab den Kriegshammer. So, das weg, das weg. Ähm... Kaufen. Funke des Lebens. Jawohl. Den sollte ich, glaub ich, kaufen. Waffen. Zauberstäbe. Okay. Okay, dann... Wiederbeleben. Okay. Cool. Dann läuft er wieder mit uns rum. So, und... Ich wollte mal gucken, wie effektiv... ... Kleiner Rubin. Wie effektiv jetzt... Ähm... 95... 95... ... Ja, mach ich mal so rum. Mach ich das mal so rum. So... Trang... Äh... Schlüssel zur Kanalisation. Ich musste... ... ... ... Ach... ... ... ... ... ... ... ... ... Lass ich ihn halt machen. Der kann's ja. Huch. Oh nein! Ach scheiße. Kann ich irgendwas liegen lassen? Kann ich irgendwas liegen lassen? Ich kann mich hier verstecken. Ich kann mich hier verstecken. Da oben liegt halt auch noch was, ne? Ah, gut. Ich hab wieder Pfeile. Das ist sehr gut. Warte... Ähm... Ich will gucken, ob ich... ...dem das wieder entreißen kann. Kommst du weg? Nee, halt stopp. So rum. Komm mal. Okay, kommt. Na komm, du scheiß Elstar. Komm wieder zurück. Ja, da ist er. Nein! Nein! Oh Mann! Nooo! Ich hasse das, ey. Weil er nicht runtergesprungen ist. Diese kleine... Nee, sonst hab ich nicht... Ich hab keinen Bock jetzt, äh... Ja. Warte mal. Kann ich denn... Ach, bestimmte Menge ablegen. Okay. Eins. Jawohl. Kann, rote. Okay. Nur das, was er zuletzt geklaut hat. Hm. Ähm... Nochmal will ich das nicht riskieren. Das ist einfach scheiße. Ist das? Okay. Ähm... Okay. Kanalisation. Oh, warte. Ich kann ja mal... Speichern. Okay. Game saved. Na, jetzt aber mal hier. Hallo? Hä? Geht's dir irgendwie schlecht oder so? Geht doch. agem cierre. ä... wie jetzt? Ja. Ja. Ach, dich ist mir sicher.